Cisco ICE ist der Schlüssel zur Netzwerksicherheit. Reduzieren Sie die Anzahl unautorisierter Zugriffe bis zu 100 Prozent, um Ihr Netzwerk zu sichern. IT-Admins arbeiten am Limit und müssen darüber hinaus stets die IT-Sicherheit des Unternehmens gewährleisten. Bei einem Schaden droht im schlimmsten Fall der Geschäftsstillstand. Das kann schnell 100.000 Euro pro Stunde kosten. Ein Albtraum, der auch in Ihrem Unternehmen Realität werden kann. Mit PCO vermeiden Sie all das. PCO berät Sie und implementiert Cisco ICE bei Ihnen. Bei der Einwahl eines Mitarbeiters prüft ICE automatisiert das Endgerät auf gültige Zertifikate und MAC-Adressen. Nach erfolgreicher Prüfung erlaubt die ICE den Netzwerkzugriff und verteilt automatisiert die entsprechenden Rechte auf Ressourcen. So sichern Sie Ihr Netzwerk und reduzieren die Anzahl unautorisierter Zugriffe auf ein Minimum. Kontaktieren Sie uns jetzt, um beruhigter zu schlafen.